Jeden Tag sieben Wörter. Der Lehrer, die Lehrerin. Wohnen, heißen, der Schüler. Sprechen, kommen, verstehen. Der Lehrer, die Lehrerin. Bist du in deinen Lehrer verliebt? Die Lehrerin hat heute viele Hausaufgaben gegeben. Mein Lehrer ist voll nett zu mir. Mein Lehrerin ist so gemein zu mir. Ich liebe meinen Lehrer. Ich wünschte, dass mein Lehrer mein Vater ist. Meine Lehrerin war sehr nett und lieb. Wohnen Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Wir wohnen in einem alten Haus. Wohnen Sie noch bei Ihren Eltern? Ich wohne in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Ich wohne mit meiner Familie in einem Haus mit Garten. Ich wohne in der Spaldigsstraße. Ich wohne allein. Heißen Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Martin. Ich heiße Martin. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das Spiel? Wie heißt das Lied? Die Erklärung verstehe ich nicht. Was heißt das? Der Schüler. Ich vermisse meine Schüler. An dieser Stelle können Schülerinnen und Schüler ihre Schule beschreiben. Die Schüler sind sehr gute Noten haben. Mein Schüler ist schwul. Ich kann nur erfolgreich unterrichten, wenn ich meine Schule erreiche. Sprechen Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Können Sie bitte etwas lauter sprechen? Meine Freundin spricht sehr gut Deutsch. Ich möchte nicht darüber sprechen. Kann ich bitte Frau Meier sprechen? Christiano Ronaldo spricht heute Abend im Fernsehen. Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Spanien. Wir gehen heute Abend ins Theater. Kommen Sie auch? Wenn Sie mal nach Hamburg kommen, besuchen Sie uns. Die Straßenbahn muss gleich kommen. Verstehen Verstehen Kannst du etwas lauter sprechen? Ich verstehe nicht. Den Satz verstehe ich nicht. Ich verstehe nichts von Computern. Jeder versteht mich falsch. Meine Mutter versteht meine Depression nicht. seid Просто nicht Kind. Haben Sie nur was zu Liebe & Nachfrage liefstehende Brüder die Träbes sind. Dies ist einfach so ganz leicht. Nicht nur die Träbeschlechte in R slowly